Hallo und willkommen zum nächsten WinLab Livestream. Heute geht es um das Blazic Blender Workshop bzw. um den Blazic Blender Workshop Version 2. Mein Name ist Niklas und im Chat ist der Benni für euch verantwortlich, auch ein sehr netter Mensch. Wir sind beide Studenten, also wir studieren Wirtschaftsinformatik im vierten Semester an der TH Wildau und arbeiten beide für das WinLab. Was das WinLab ist, werde ich euch gleich kurz erklären, damit ihr auch mal so einen kleinen Überblick dafür bekommt, was das WinLab überhaupt ist und dafür habe ich jetzt hier so eine kleine Präsentation für euch vorbereitet. Da gehen wir jetzt einmal schnell durch. Wer sind wir? Das WinLab ist ein sogenannter Makerspace oder auch FabLab oder auch offene Werkstatt genannt. Wir haben ein Motto und das lautet Do-It-Yourself, also selber Sachen herstellen. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Das Ziel des WinLabs ist es, Privatpersonen den Zugang zu modernen Technologien und Produktionsmitteln wie zum Beispiel 3D-Druckern oder auch Laser-Cuttern zu ermöglichen. Das heißt, natürlich hat nicht jeder von euch wahrscheinlich einen 3D-Drucker zu Hause oder Laser-Cutter oder diverse andere Maschinen, die wir bei uns haben. Und dann könntet ihr theoretisch, wenn ihr mal damit was experimentieren wollt, zum Beispiel was ausdrucken wollt, ein Projekt habt zum Beispiel, könntet ihr ins WinLab kommen und das dort einfach umsetzen mit uns zusammen. Das heißt, auch wenn ihr keine Vorerfahrung habt, könnt ihr gerne hinkommen und dann lösen wir das Problem mit euch bzw. setzen euer Projekt um. Wir sind ein Teil der Forschungsgruppe Innovation und Regionalforschung an der TH Wildau und sind seit Februar 2014 Teil der sogenannten FabLab-Bewegung. Was das ist, werde ich euch auch gleich erklären, nämlich jetzt. FabLab steht für Fabrication Laboratory, also übersetzt heißt es dann so viel wie Fabrikationslabor. FabLabs sind nicht gewinnorientierte Werkstätten mit computergesteuerten Maschinen. Also wir haben, wie schon gerade erwähnt, wir haben diverse Maschinen, zum Beispiel 3D-Drucker oder auch Laser-Cutter, die sich halt so die normale Bevölkerungsgruppe nicht leisten kann bzw. nicht leisten will, einfach aus dem Grund, weil die relativ teuer sind. Die Idee des FabLabs entstand 2001 von Neil Gerschenfeld am MIT in den USA. Sein Seminar How to make almost anything und die extra dafür angelegte Werkstatt fanden so großen Anklang, dass daraus das erste FabLab entstand im Jahre 2002. FabLabs sind zuzuordnen zu den sogenannten offenen Werkstätten, das hatte ich auch schon gerade gesagt, dass das WinLab auch dazugehört, bzw. den Makerspaces, das ist einfach nur ein anderes Wort dafür. Aktuell gibt es über 1300 Labs weltweit auf jedem Kontinent außer Antarktika. Und hier auf der Karte seht ihr jetzt nochmal, hier ist Königsbrusterhausen und hier ist Berlin und hier ist dann ca. Wildau und hier seht ihr, dass wir halt ansässig sind in Wildau. Also das ist sozusagen unser FabLab. Und hier seht ihr noch weitere FabLabs, wie zum Beispiel hier in Berlin, da gibt es auch noch zwei FabLabs oder zum Beispiel auch noch in Potsdam, da gibt es auch noch eins. Also wenn ihr da mal was uns mal besuchen wollt, könnt ihr gerne auch mal vorbeikommen nach Wildau. Aktuell gibt es da leider noch Einschränkungen wegen Corona, aber das wird sich hoffentlich in den nächsten Monaten auch bessern. Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann checkt einfach unsere Social Media Kanäle aus. Wir haben einen Instagram-Kanal, wir sind auf Twitter aktiv, wir haben auch einen Facebook-Kanal und natürlich hier auch auf YouTube, wo ihr gerade wahrscheinlich zuguckt. Da könnt ihr gerne dann mal euch informieren, wie es aussieht, wenn ihr wirklich da mal Interesse habt, vorbeizukommen. Dann haben wir natürlich auch diverse Projekte, die wir umsetzen. Ich werde euch jetzt mal so ein paar davon kurz vorstellen, damit ihr so eine Übersicht habt, was man denn jetzt überhaupt umsetzen kann. Weil ich habe ja gesagt, ihr könnt dort eigene Projekte umsetzen, aber wenn ihr da vielleicht noch keine Ideen habt, dann könnt ihr jetzt mal schauen, was es so für Möglichkeiten dort gibt. Das erste Projekt ist dieses hier, das seht ihr ganz links auf dem Bild. Das ist ein Hähnchenskelett, was eingescannt wurde von diesem Künstler hier. Das ist der Künstler, der das gemacht hat, mit Hilfe des WinLabs. Also der hat das auch wirklich bei uns umgesetzt. Und dieser hat es dann, dieses Hähnchenskelett hochmodelliert, also hochskaliert und in vier Meter Höhe nachgebaut, also beziehungsweise ausgedruckt mit 3D-Druckern. Das heißt, dieses Ding hier ist vier Meter hoch. Und dieses Ding ist auch auf Ausstellungen zu sehen. Also es gab schon diverse Ausstellungen, wo es zu sehen war. Und ja, vielleicht habt ihr es auch mal gesehen, glaube ich zwar eher weniger, aber ja. Das zweite Bild ist das hier. Hier seht ihr lebensgroße Menschen, also die sind wirklich, die wurden eingescannt mit einem Scanner, die wir auch bei uns vor Ort haben. Das heißt, sowas könntet ihr theoretisch auch machen bei uns. Und diese wurden dann ausgedruckt. Auf dem dritten Bild habt ihr einen Tisch, beziehungsweise einen Stuhl, kein Tisch. Dieser Stuhl wurde zunächst am PC modelliert und dann mit Hilfe eines 3D-Druckers ganz normal ausgedruckt. Das sieht man auch typisch an diesem Plastik. Das ist so dieses typische PLA-Plastik für 3D-Drucker. Und auf dem vierten Bild sieht dann wieder einen Tisch. Dieser ist aber jetzt in die Kategorie des Film- und Fernsehens einzuordnen. Das heißt, es sind diese typischen Tische, die man so aus Fußballspielen kennt, zum Beispiel bei Weltmeisterschaften oder so. Da sieht man oft die Moderatoren an so Tischen. Und sowas wurde auch schon im WinLab umgesetzt. Und diese Projekte wurden alle mittels des sogenannten BigRaps. Das ist ein 3D-Drucker im XXL-Format umgesetzt. Der hat einen Umfang, beziehungsweise ein Innenvolumen von 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Und kann somit sehr, sehr große Teile ausdrucken. Dann haben wir aber natürlich auch noch kleinere Projekte. Das waren jetzt sozusagen die großen Extremprojekte, wenn man es so nimmt. Wir haben auch noch ein paar kleinere, die dann die User auch bei uns umsetzen. Und da haben wir jetzt hier mal eine kleine Auswahl mitgebracht für euch. Da könnt ihr dann mal schauen, was man noch so machen kann. Also das geht halt wirklich von Geschenkideen, zum Beispiel für die Familie, wenn man denen was ein bisschen Personalisierteres schenken will, bis hin zu kleineren eigenen Gegenständen, die auch für den eigenen Gebrauch da sind. Oder auch sowas hier wie Sticker für den Laptop oder so. Oder auch T-Shirts kann man bei uns auch bedrucken. Alles mögliche. Also da sind wirklich sehr interessante Themen dabei, die man dann auch bei uns auch umsetzen kann. So, das war es auch jetzt erstmal zu dem WinLab-Teil. Wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne in den Chat stellen. Da ist dann der Benni für euch zuständig erstmal. Wenn ich die sehe, kann ich ihn natürlich auch beantworten. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir heute machen? Also die Frage, was Blender ist, haben wir ja schon im letzten Workshop geklärt. Da ist ja der nette Benni schon drauf eingegangen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, den Workshop, könnt ihr euch den gerne nochmal anschauen. Und der ist auch auf unserem YouTube-Channel jetzt zu sehen. Das ist der Basic Blender Workshop 1. Da könnt ihr euch nochmal informieren, wie so die Basics sind, wie man so sich im Blender bewegt, wie man Sachen einfügt, wie man Sachen größer macht, sowas alles. So die Basics, da haben wir dann auch schon so ein kleines Tutorial gemacht und so ein kleines eigenes Projekt umgesetzt. Und in diesem Workshop heute, wenn wir ein bisschen weiter gehen, ihr seht ja schon, was das Ergebnis sein soll. Das Ergebnis soll so ein 80er Syncwave-Bild im Endeffekt werden, beziehungsweise es soll eigentlich sogar eine Animation werden. Also ihr könntet ein Bild daraus machen oder auch eine Animation, das bleibt dann euch überlassen am Ende. Das werde ich euch dann auch nochmal zeigen, wie das dann genau geht. Dafür solltet ihr natürlich Blender haben, das heißt, ihr solltet Blender schon gedownloadet haben. Wenn ihr das noch nicht habt, kann der liebe Benni jetzt mal den Download-Link in die Videobeschreibung packen, dass ihr euch das auch nochmal herunterladen könnt. Und dann können wir auch nochmal einen Moment warten, wenn jemand das noch nicht hat. Aber wie gesagt, die Voraussetzung für diesen Workshop ist eigentlich der erste Workshop, weil wir jetzt auch so ein paar Grundsachen schon voraussetzen. Und da solltet ihr natürlich auch schon Blender gehabt haben. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr noch nicht so weit seid, dann gerne in den Chat schreiben. Und außerdem will ich jetzt noch darauf hinweisen, dass dieser Stream hier aufgezeichnet wird. Das heißt, alles, was ich hier sage, wird aufgezeichnet und könnt ihr euch im Nachhinein nochmal anschauen. Und der Chat wird später extrahiert. Das heißt, das, was ihr jetzt im Chat schreibt, zum Beispiel Fragen oder so, wird dann nicht aufgezeichnet. Zusätzlich will ich jetzt noch einen Verweis auf einen YouTube-Kanal machen, von wem wir dieses Tutorial übernommen haben, beziehungsweise uns inspirieren lassen haben. Das ist der sogenannte Ducky3D-Kanal. Das ist auch ein Channel, der viele Videos zu Blender macht, viele Tutorials. Den kann Benni auch gerne mal in den Chat posten, sozusagen nochmal als Quelle. Dort gibt es auch dasselbe Tutorial nochmal auf Englisch, bloß, dass dieses Tutorial auf einer älteren Blender-Version basiert. Das heißt, das haben wir jetzt schon auf die neueste Blender-Version angepasst, sozusagen. Und wenn ihr das hier mitmacht, sozusagen, dann habt ihr alle relevanten Elemente im Blender und kommt, glaube ich, ganz gut mit. Dann würde ich sagen, war es jetzt erstmal zum formalen Teil und werden, dann können wir jetzt auch schon in Blender reingehen und mit dem Tutorial anfangen. So, wenn ihr jetzt meinen Blender-Bildschirm seht, ist das super. Genau, als erstes solltet ihr Blender starten. Und was ich für euch jetzt gemacht habe, ich habe hier unten Shortcuts aktiviert. Die seht ihr, wenn ich hier jetzt mal irgendwas mache, seht ihr hier Shortcuts. Das heißt, ihr seht auch immer, was ich mache, dass ihr das einfach relativ leicht verfolgen könnt. Als erstes würde ich mit euch ein paar Einstellungen durchgehen, die ihr einstellen solltet. Einfach für die Render-Geschwindigkeit, dass ihr da am Ende das Rendern ein bisschen schneller macht. Das machen wir jetzt am Anfang. Einfach aus dem Grunde, dass man das dann am Ende nicht vergisst. Und es da ein bisschen leichter fällt. Dafür gehen wir hier oben einmal auf Edit, auf Preferences. Dann kommt hier so ein Pop-up. Und jetzt gehen wir hier unten bitte einmal auf System. Und jetzt müsst ihr hier oben unter Cuda einmal bitte eure GPU und eure CPU, also eure Grafikkarte und euren Prozessor auswählen. Diese Einstellung ist einfach dafür da, dass euer Blender-Projekt am Ende über beide Sachen gerendert wird und ihr da weniger Probleme habt. Also, dass es einfach schneller geht im Endeffekt, habe ich ja gerade schon gesagt. Die zweite Einstellung, beziehungsweise das zweite, was wir machen müssen, ist ein Add-on. In die Add-ons gehen und ein Add-on hinzufügen, was wir für den Workshop heute brauchen. Dafür geht ihr einmal auf Add-ons. Dann versichert ihr euch, dass dieser Haken hier unten rausgenommen ist. Weil wenn ihr das das erste Mal startet, ist hier noch so ein Haken drin. Den nehmt ihr einmal raus. Und dann habt ihr hier rechts so ein Suchfeld und sucht einmal bitte nach Node Wrangler. Also einfach Node reicht. Dann habt ihr es hier ganz unten gefunden. Node Wrangler heißt das. Aktiviert ihr einmal mit diesem Haken. Dann ist es auch schon aktiv und dann könnt ihr das auch schon verwenden. Was das macht, zeige ich euch später. Das sind im Endeffekt Nodes, die ihr verwenden könnt, um diverse weitere Einstellungen in eurem Spiel. In eurem Projekt vorzunehmen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier auch gerne schon das Pop-up schließen. Und wir können anfangen, die erste Szene zu bearbeiten, beziehungsweise die erste Szene zu erstellen. Dafür solltet ihr erstmal natürlich eine Blender-Datei öffnen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Solltet dann eure Sachen, also eure Sachen, die ihr aktiv drin habt, löschen. Das heißt, die Sonne könnt ihr einmal löschen. Einfach einmal raufklicken und dann entfernen klicken. Oder ihr könnt auch rechtsklicken machen und dann delete. Also geht auch. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Und wir werden kurz, bevor wir jetzt wirklich mit der Szene anfangen, nochmal die Szeneneinstellungen durchgehen. Einfach, dass wir am Ende dann ein bisschen weniger Stress haben und das alles ein bisschen entspannter ist. Dafür geht ihr einmal auf, hier oben auf diesen Fernseher. Das sind die Render Properties, heißt das auf Englisch. Und hier solltet ihr nochmal schauen, ob euer Render auf 64 ist. Euer Viewport auf 16. Und was jetzt wichtiger ist, weil diese Sachen sind meistens schon vorhin gestellt, ist, dass ihr jetzt hier diverse Haken anmacht. Einmal Ambient Inclusion solltet ihr anmachen. Dann solltet ihr einmal Blumen anmachen. Und dann solltet ihr einmal die sogenannte Screen Space Reflection anmachen. Das ist das hier. Einfach hier bei diesen drei Sachen einen Haken setzen. Der Sinn dahinter ist ganz einfach, dass ihr später die Effekte, die wir auf die Materialien und so weiter anwenden werden, dass ihr die auch seht. Weil wenn ihr das nicht anhabt, dann seht ihr keinen Unterschied. Und dann wird euer Bild später anders aussehen, als es hier in diesem Workshop aussieht. So, jetzt sind wir eigentlich auch schon soweit. Jetzt haben wir hier diese Grundeinstellung gemacht. Jetzt können wir auch schon das erste Objekt hier erstellen. Objekte im Blender stellen wir... Es gibt verschiedene Varianten, wie man ein Objekt erstellen kann. Ich würde es jetzt einfach mal mit Shortcuts machen. Dann machen wir Shift-A, also Shift gedrückt halten und dann A. Und dann habt ihr hier so ein Menü und wir wollen jetzt ein Mesh, nämlich eine Plane adden. Also Plane ist einfach nur hier so ein Boden sozusagen. Was machen wir jetzt damit? Wir wählen den... Jetzt habe ich hier aus der Tasse gedrückt. Wir wählen einmal die Plane aus, beziehungsweise die ist ausgewählt. Drücken auf S für Scale und drücken die 8. Also eine 8 auf unserem Numpad, beziehungsweise auf unseren Tastenfeld. Dann scalt ihr euer Plane hoch auf 8. Als nächstes werden wir die markieren. Also die muss noch markiert sein. Wir drücken einmal Tab. Tab ist dafür da, um in den sogenannten Edit Mode zu kommen. Den hatten wir auch schon im letzten Tutorial ein bisschen erklärt. Das ist einfach nur, da könnt ihr nochmal so ein paar genauere Einstellungen machen, beziehungsweise euer Objekt besser bearbeiten. Da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, euer Objekt zu bearbeiten. Jetzt machen wir Rechtsklick, gehen auf Subdivide. Das heißt, ihr teilt das jetzt. Und jetzt haben wir hier unten, wenn ihr hier unten links seid, die Number of Cuts. Das ist jetzt auf 1 normalerweise. Und die setzen wir auf 30. Und dann seht ihr auch sofort den Effekt. Ihr teilt eure Plane, die ihr gerade erstellt habt, in verschiedene Teile, in Teilbereiche. Nämlich genauer genommen macht ihr 30 Cuts. Wird ihr das ja auch wieder zumachen. Und das brauchen wir jetzt nämlich gleich, um unsere Berge zu erstellen, die ihr vorhin in diesem Vorschaubild schon gesehen habt. Vorher sollte man vielleicht nochmal sagen, dass ihr hier oben auf die Ansicht achten solltet. Das Problem ist mit der Ansicht, wenn wir jetzt nicht alle dieselbe Ansicht haben und ihr mit einer anderen Ansicht startet, dass im Endeffekt dann später alles, später spiegeln wir noch ein paar Elemente und machen dann noch ein paar Sachen. Und dann wird es für euch später schwerer nachzuvollziehen, weil ihr dann eine andere Ansicht habt. Und deshalb würde ich sagen, dass ihr alle mal darauf schaut, dass hier das Z nach oben guckt, das Y nach rechts und das X nach vorne, also zu euch sozusagen guckt. Wenn ihr in dieser Ansicht seid, dann seid ihr auch schon richtig. Also nicht in dieser Ansicht zum Beispiel, sondern wirklich in dieser Ansicht sein. Das ist eigentlich auch die Standardansicht, die ihr habt. Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen, die Berge zu erzeugen. Was wir dafür machen, ganz einfach, wir haben unsere Plane hier. Wir klicken einmal außerhalb der Plane irgendwas an, damit wir die nicht mehr ausgewählt haben, halten jetzt Shift gedrückt und wählen uns jetzt auf der linken Seite oder auf der rechten Seite ein paar von diesen Vertexes, so heißen diese Punkte hier, aus, um diese dann gleich hochzuziehen und die Berge zu erzeugen. Als Tipp würde ich euch geben, nehmt am besten so vier bis fünf Stück von diesen Vertexes auf jeder Seite. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich halte Shift gedrückt und klicke jetzt hier einfach mal so ein paar an. Wenn ihr zu wenig davon nehmt, dann wirkt es einfach nicht so, weil ihr zu wenig Berge habt. Und wenn ihr zu viele nehmt, dann wirkt es vielleicht auch ein bisschen blöd. Wir können gleich mal gucken, wie das bei mir aussieht. Ich mache jetzt hier mal so ein paar auf jeder Seite. Die müssen auch nicht symmetrisch zueinander sein. Die könnt ihr irgendwie auswählen, wie ihr wollt. Und als nächstes, um die hochzuziehen, müsst ihr erstmal eine Einstellung noch aktivieren, die ich gerade vergessen habe. Das ist das sogenannte Proportional Editing. Das findet ihr hier oben. Das heißt, ihr geht hier oben einmal rauf. Dann wird das hier so blau. Und rechts daneben habt ihr nochmal so ein kleines Element, wo ihr so ein Dropdown-Menü bekommt. Und hier müsst ihr unbedingt Connected Only den Haken setzen. Und hier als Art müsst ihr Random wählen. Das ist mein Effekt dafür da, wie eure Verschiebung gleich ist, also eure Verzerrung der Berge. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ich das jetzt anwende. Ich werde jetzt nämlich die Berge hochziehen, indem ich G drücke und X drücke. Und jetzt seht ihr, wenn ich hier was mache, werden die Berge hier schon hochgezogen. Bevor ich das jetzt mache, will ich euch nochmal kurz erklären, wie man diese Verzerrung jetzt noch verändern kann. Ihr seht ja in der Mitte diesen Kreis. Also der ist hier, hier ist dieser Kreis. Den könnt ihr mit dem Mausrad größer oder kleiner machen. Und umso größer der ist, umso höher ist eure Verzerrung. Ich mache das jetzt mal. Ich mache das jetzt mal ein bisschen größer. Jetzt seht ihr schon, der Boden passt sich schon ein bisschen in den Bergen an. Und jetzt ziehe ich die Berge mal ein bisschen hoch. Ich mache die jetzt einfach mal so hoch als Beispiel. Ich drücke einmal die linke Maustaste, dann ist die auch schon hochgezogen. Und dann haben wir jetzt hier erstmal schon unsere Berge. Die sehen jetzt noch ein bisschen komisch aus. Also ihr seht hier noch so Lücken. Das machen wir nämlich als nächstes. Als nächstes würde ich die ein bisschen bearbeiten, dass sie ein bisschen schöner aussehen. Dafür versetzen wir die Spitzen manuell nochmal ein bisschen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier die Vertex auswählen und dann nochmal schön mit G und Z hochziehen. Und dann könnt ihr die ja nochmal einzeln hochziehen. Und ganz wichtig, immer mit G und Z, weil wenn ihr das nicht macht, dann werden die teilweise schräg gesetzt. Oder ihr zieht die halt nicht nach oben hoch, sondern zur Seite. Und das wirkt dann einfach nicht so schön. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal für ein paar hier. Einfach mal so eine Art Berglandschaft entsteht. Ah, das ist die falsche Richtung. Bisschen blöde Ansicht, wo ich hier gerade drin bin. So, hier oben würde ich nochmal ein bisschen was machen. Hier ist zum Beispiel noch gar nichts. Das gefällt mir noch nicht so gut. Jetzt würde ich hier zum Beispiel nochmal die Verzerrung ein bisschen höher machen. Jetzt habe ich zum Beispiel vergessen, G und Z zu drücken. Darum habt ihr gerade gesehen, dass es so ein bisschen komisch aussah. Jetzt zum Beispiel geht es wieder. Ich ziehe einfach mal die Berge ein bisschen hoch. Genau, ich finde, das ist ja jetzt schon ganz gut. Vielleicht hier noch einmal. G Z. Nochmal den Radius ein bisschen kleiner setzen. Mal ein bisschen hochziehen. Hier vielleicht auch nochmal. G Z. Und hochziehen. So, dann habt ihr jetzt hier so ein Weg sozusagen in der Mitte und eure Berge an der Seite. Als nächstes kehren wir, also wir sind jetzt mit den Bergen so grob fertig, kehren wir zurück in den Object Mode. Das heißt, wir drücken einmal Tab, um wieder zurückzukommen. Und als nächstes werden wir eine sogenannte Plane Access adden. Wofür wir das brauchen, werdet ihr gleich verstehen, wenn ich das jetzt mal einfach mal mache. Dafür mache ich wieder Shift A, um wieder was hinzuzufügen. Und diesmal gehen wir nicht auf Mesh, sondern wir gehen jetzt auf Empty und auf Plane Access. Und das ist dieses Element hier in der Mitte. Nochmal vielleicht kurz zu diesem Punkt hier in der Mitte. Ihr seht ja in der Mitte diesen kleinen Punkt. Und das ist im Endeffekt der Spawnpunkt von euren Elementen. Das heißt, wenn ihr ein Element hinzufügt, wird es immer hier hinzugefügt. Genauso wie dieses Element jetzt hier. Was wir jetzt hiermit machen wollen, wir wollen es erstmal an den Rand verschieben, also nach hinten versetzen. Genau an dieser Position, wie wir das machen. Wir wählen das aus. Seht ihr auch hier oben rechts. Da seht ihr, dass es ausgewählt ist. Drücken ganz einfach jetzt einmal G, einmal X und halten Steuerung gedrückt. Und können jetzt somit dieses Element hier hin und her verschieben. Und können es jetzt genau an den Rand schieben. Könnt ihr nochmal auf die oben Ansicht gehen und schauen, dass es wirklich am Rand ist. So, und genau. Das brauchen wir im Endeffekt für die Spiegelung, die wir gleich machen. Wir werden gleich dieses Objekt hier, diese Plane, die wir erstellt hatten mit den Bergen, werden wir gleich nach hinten spiegeln, dass wir dieses jetzt nicht immer zehnmal erstellen müssen, sondern einmal spiegeln und dann unendlich erweitern können. Und uns somit einfach ein bisschen Zeit sparen. Und dafür brauchen wir dieses Element, dass wir dann im Endeffekt sagen, wir sollen das an diesem Element, soll das gespiegelt werden. Und das machen wir nämlich jetzt auch gleich schon. Dafür gehen wir auf die Modifier Properties. Dafür müsst ihr erstmal nochmal die Plane auswählen. Ihr klickt nochmal auf die Plane. Geht dann auf den Schraubenschlüssel hier. Geht auf Add Modifier. Und wir wollten jetzt den Mirror Modifier, wie ich gerade schon gesagt habe, spiegeln. Den Mirror Modifier auswählen. Den findet ihr hier, also bei Generate in der Mitte. Klick ich einmal rauf. Und dann seht ihr auch schon, dass das hier schon gespiegelt wurde. Nur, dass die Achse jetzt noch nicht stimmt. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen diese Pipette hier, klicken einmal die Plane Access an. Und jetzt seht ihr schon, dass sich das verlängert hat. Also dieses Element hier wurde hinten gespiegelt. Genau an dieser Plane Access. Wenn das bei euch jetzt nicht der Fall ist, was sein kann, dann habt ihr das Problem, dass ihr hier eine andere Ansicht oben gewählt habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt diese Ansicht gewählt habt und dieses Element so erstellt habt, also die Plane mit euren Bergen so erstellt habt, dann sieht es jetzt bei euch anders aus und dann ist die Spiegelung auch ein bisschen falsch. Wenn ihr diesen Fall habt, dann könnt ihr jetzt hier mal ein bisschen rumspielen mit diesen Access-Werten. Das heißt, ihr macht jetzt mal zum Beispiel das X aus. Ihr wollt es nicht an der X-Achse spiegeln, sondern ihr wollt es jetzt zum Beispiel an der Y-Achse beziehungsweise Z, wobei Z jetzt keinen Sinn macht, weil es nach unten ist. Aber dann wäre es wahrscheinlich eure Y-Achse. Da müsst ihr dann mal ein bisschen gucken, dass ihr da auf das gleiche Ergebnis kommt, wie ich jetzt hier. Das war der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, dass wir hier alle in dieser gleichen Ansicht sein sollen. Wenn ihr da Fragen habt, gerne einfach in den Chat oder wenn es euch jetzt ein bisschen zu schnell ist. Als nächstes würde ich jetzt die Kamera einstellen. Das heißt, wir wollen ja eine Animation machen. Für eine Animation brauchen wir eine Kamera und die muss sich ja irgendwie bewegen. Und das wollen wir jetzt machen. Um das zu machen, machen wir wieder Shift-A, gehen auf Kamera. Also wir adden eine Kamera, die wird wieder an diesem Punkt hier erstellt. Wenn ich jetzt hier mal runtergehe, dann seht ihr die ja auch unten. Wir wollen die jetzt natürlich nicht dort haben, wir wollen die jetzt verschieben. Das heißt, wir wählen die Kamera aus. Das könnt ihr hier oben machen, indem ihr einfach hier oben rechts einmal raufklickt oder ihr klickt halt hier einmal rauf. Die sollte aber auch schon ausgewählt sein. Und jetzt machen wir genau das gleiche wie mit dieser Plane-Axis, die wir vorhin benutzt haben. Das heißt, wir drücken jetzt nochmal G. Genau, wir drücken G, wir drücken X und wir drücken Steuerung, also halten Steuerung gedrückt und können es jetzt hier an diesen Rand ziehen. Könnt ihr nochmal schauen. Das ist genau hier am Rand dieser Plane, die wir erstellt haben. Jetzt müssten wir nochmal die Rotation und die Location ein bisschen ändern. Das heißt, ihr wählt die Kamera aus, geht hier auf die Object, was wir jetzt noch machen würden, ist, wir würden die Rotation ein bisschen ändern. Das heißt, wir würden diesen Wert hier, das ist der X-Wert der Rotation, würden wir auf 90 setzen, den Y-Wert würden wir auf 0 setzen und den Z werden wir auch auf 90 setzen. Jetzt seht ihr, dass die Kamera sich in die Richtung positioniert, also in diese Richtung, wo sie dann später auch fahren soll. Was wir jetzt noch machen werden, wir werden jetzt die Animation-Dauer durchgehen. Also unsere Animation hat ja auch eine Dauer und da werden wir jetzt mal schauen, dass wir die so hinbekommen, dass sie für alle perfekt ist. Da gibt es auch zwei verschiedene Varianten, beziehungsweise viele verschiedene Varianten, wie man das jetzt machen kann. Wir werden dafür auf die Output Properties gehen, also auf diesen Drucker hier. Und jetzt, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, also wenn ihr hier seid, seht ihr die Frames, Frame Start, End, Step und die Frame Rate. Diese werden wir jetzt gleich verändern. Dafür müssen wir schauen, was ihr für, also beziehungsweise was heißt schauen, dafür müsst ihr wissen, was ihr für einen PC habt, wenn ihr einen relativ guten PC habt, könnt ihr jetzt nämlich die Frame Rate auf 60 FPS setzen. Dadurch wird diese Animation einfach flüssiger und einfach ein bisschen schöner. Aber das braucht halt im Render-Prozess später einfach mehr Leistung. Darum müsst ihr gucken, ob euer PC das hinbekommt. Das heißt, wenn ihr jetzt einen relativ alten PC habt, solltet ihr vielleicht auf 24 FPS bleiben. Das sind jetzt so die zwei Varianten, die ich euch empfehlen würde. Entweder 24 oder 60 FPS. Ich bleibe jetzt auf den 60 FPS und jetzt müsst ihr noch das Ende hier verstellen, weil das jetzt nicht mehr bei 250 liegt. Wir wollen eine Animation machen, die 5 Sekunden geht. Und wenn ihr jetzt mal mit 60 FPS rechnet, dann müssen wir es nicht auf 250 setzen, also 250 Trames, sondern wir müssen das jetzt auf 300 Trames setzen. Genau. Jetzt können wir auch hier mal raus scrollen, dann sehen wir nämlich auch, dass es hier bis 300 geht in dieser Timeliste, die ihr unten habt. Das ist im Endeffekt unsere Animation. Und wenn ihr hier die 24 FPS ausgewählt habt, dann wäre das natürlich ein anderer Wert. Dann müsstet ihr hier unten 120 eingeben. Genau. Und damit haben wir jetzt im Endeffekt eine 5 Sekunden Animation. Und diese wollen wir jetzt natürlich auch noch ausführen mit der Kamera. Das heißt, wir müssen zunächst noch eine kleine Einstellung durchgehen, damit die Kamera linear verläuft, dass die hier gerade diesen Weg abläuft. Dafür gehen wir nochmal auf Edit, auf Preferences. Kriegen hier unser Popper oder unser Window. Gehen auf Animation, also hier. Und gehen bei Default Interpolation gehen wir auf linear. Bei mir ist es jetzt schon eingestellt, bei euch ist hier wahrscheinlich was anderes. Klickt ihr einmal hier rauf und geht einfach auf linear. Ihr könnt es dann wieder zumachen und damit ist eure Animation immer linear beziehungsweise die Strecke der Animation ist linear. So, als nächstes werden wir die Kamera animieren beziehungsweise diese Animation umsetzen. Was ich vorher nochmal kurz machen würde, ist, wir haben ja hier noch diese Plane Access, die nervt jetzt hier vielleicht ein bisschen. Ich würde die einfach mal ausblenden. Das könnt ihr hier oben rechts machen, indem ihr einfach mal auf das Auge geht. Dann blendet ihr die zur Plane Access. Ihr seht schon, was das für einen Unterschied macht. Blendet ihr aus und die ist einfach nicht mehr im Weg. Dann haben wir hier so ein bisschen mehr Freiraum und es sieht einfach ein bisschen besser aus. Was wir jetzt machen, wie gesagt, wir machen jetzt die Kamera Animation. Das heißt, wir prüfen, ob wir hier bei Frame 1 sind. Das seht ihr hier unten in dieser Timeline. Und als nächstes werden wir auf die Object Properties gehen. Also hier unten. Und werden, also vorher müsst ihr natürlich die Kamera einmal auswählen und werden jetzt bei der X-Location, die wir auf 8 Meter gesetzt haben, einmal rechts diesen Punkt anklicken. Was das jetzt macht, das setzt den Keyframe der Kamera bei Frame 1 auf 8 Meter. Das heißt, die Animation startet bei Frame 1 in der Kameraposition 8 Meter. Und was wir jetzt machen werden, wir werden die zum Ende der Animation gehen. Das heißt, wir wollen diesen Punkt hier auf 300 setzen. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr Shift-Rechte-Maus-Taste, also Rechte-Pfeiltaste klickt. Seht ihr hier unten. Und dann seid ihr beim Frame 300. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir machen noch einmal Rechte-Maus-Taste, äh, Pfeiltaste, sorry. Sind bei 301. Und an diesem Punkt soll die Kamera nicht mehr hier sein, sondern an einer anderen Stelle. Genau genommen hier hinten. Was wir jetzt machen, wir wählen die Kamera einmal aus und schieben diese jetzt bis zum letzten. Jetzt können wir das Ganze mal testen. Jetzt könnt ihr Shift-Links machen, also Shift und linker Pfeiltaste. Dann ist die Kamera wieder in eurer Ausgangsposition bei Frame 1. Und jetzt könnt ihr einfach mal die Leertaste drücken. Und dann seht ihr, die Kamera bewegt sich hier. Und wenn ich das jetzt einmal durchlaufen lasse, seht ihr, die fängt auch wieder vorne an. Das ist im Endeffekt unsere Animation. Die ist damit auch schon durch. Ich kann euch das nochmal in der Kamerasicht zeigen. Die Kamerasicht findet ihr, wenn ihr einfach hier oben rechts auf dieses Symbol geht. Dann lasse ich das jetzt einfach mal durchlaufen. Ihr seht jetzt natürlich, dass sie noch auf dem Boden zeigt. Das ändern wir gleich nochmal. Aber ihr seht, es funktioniert. Jetzt können wir die Rotation nochmal ändern, der Kamera, weil ich ja wie gesagt habe, also ich habe ja gerade gesagt, dass die auf dem Boden zeigt. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Das heißt, wir werden jetzt einmal die Kamera auswählen, indem ihr einfach, wenn ihr in dem Modus hier drin seid, einmal hier raufklickt auf den Rahmen. Dann geht ihr auf R für Rotate und geht auf R und X, nee, R und Y ist es. Damit zieht ihr nämlich die Kamera nur hoch. Dann könnt ihr ihn hochziehen. Jetzt könnt ihr euch hier einen schönen Winkel aussuchen. Der wird sich später noch ein bisschen verändern. Ich mache jetzt erstmal so ein Winkel hier zum Beispiel. Den könnt ihr individuell bestimmen, aber der wird sich gleich auch sowieso nochmal verändern, weil wir noch ein paar andere Einstellungen machen werden. Als nächstes werden wir unsere Plane ein bisschen erweitern, weil bis jetzt sieht das natürlich ein bisschen blöd aus, wenn die nur bis hier geht. Das heißt, wir werden jetzt einen sogenannten Loop erstellen. Um den Loop zu erstellen, klicken wir einmal auf die Plane, gehen wieder auf unseren Modifiers und jetzt können wir diesen hier erstmal zumachen. Dieser Mirror Modifier ist jetzt beendet. Den können wir hier zumachen. Gehen auf Add Modifier und wählen jetzt einmal den Array Modifier aus. Der ist bei Generate, ganz oben. Klickt ihr einmal rauf, dann seht ihr auch schon, dann öffnet sich hier so ein neues Feld und was ihr jetzt sofort seht, unsere Plane vergrößert sich, aber in die falsche Richtung. Um das zu ändern, setzen wir dieses Relative Offset, müsst ihr hier so einen Haken setzen erstmal, wenn ihr das noch nicht habt und dann müsst ihr diesen Wert hier auf Minus 1 setzen. Dann seht ihr, dann geht es in die entgegengesetzte Richtung, nämlich in die Richtung. So, jetzt sieht es auch schon besser aus. Was wir jetzt nochmal machen ist, wir ändern den Count. Wir wollen es nicht nur einmal, also zweimal haben, also den Count auf 2 haben, sondern wir gehen jetzt mal zum Beispiel auf 10. Und jetzt seht ihr, jetzt entsteht ja schon eure Bahn. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal an die Kamera sich geht, seht ihr, dass man kein Ende mehr an sich sieht. Also man sieht zwar noch das Ende hinten, aber die Bahn sieht um einiges besser aus als davor, weil die einfach länger ist. Damit sind wir mit dem Loop eigentlich auch schon durch. Ihr könnt ihn hier wieder verkleinern. Jetzt können wir nochmal die Kamera ein bisschen anpassen. Es gibt nämlich noch ein paar andere Einstellungen, die ihr bei der Kamera machen könnt. Dafür geht ihr am besten mal in diese Kameraeinstellung. Könnt ihr auch die Kamera nochmal auswählen. Geht jetzt auf die Kamera Settings hier unten rechts, auf dieses Kamera Symbol. Und jetzt könnt ihr die Focal Length, die habt ihr hier, könnt ihr ein bisschen verstellen. Ich mache das jetzt einfach mal. Und ihr seht schon, was der Effekt ist. Das ist im Endeffekt so eine Art Zoom Faktor. Also es ist halt die Linse, wie die Linse gestellt ist. Ich mache diesen Wert jetzt ganz einfach mal auf 40 zum Beispiel. Ich finde das so ganz okay. Und die zweite Sache, die wir hier verändern können, ist nochmal die Rotation. Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, dass sich das nochmal verändern wird. Das können wir jetzt hier nochmal ändern, indem wir nochmal auf R gehen und nochmal auf Y gehen, um hier nochmal die Rotation zu ändern. Ich setze es jetzt einfach mal auf so. Dann sieht man halt noch ein bisschen vom Boden. Dann sieht man die Berge. Und später kommt hier hier noch eine Sonne hin. Die soll man natürlich auch sehen. Darum lasse ich das jetzt erstmal so. Aber das könnt ihr später, wie gesagt, auch nochmal verschieben. Das ist jetzt nicht das Problem. Dann gehen wir aus der Kamera raus und sind mit den weiteren Kameraeinstellungen auch schon durch. Als nächstes würde ich den sogenannten Wireframe-Stil aktivieren beziehungsweise einstellen. Was das ist, werdet ihr gleich sehen. Das ist im Endeffekt so eine Art Netz, was über eure Berge gelegt wird, was dann so leuchtet. Das habt ihr vielleicht auch schon in dem Vorschaubild gesehen, was wir gerade in der Präsentation hatten. Dass hier so ein leuchtendes Netz aus diesen blauen Streifen gedeckt wird. Das machen wir jetzt. Um das zu machen, wählt ihr einmal nochmal die Plane aus, geht wieder auf den Modifier-Tab, dieser Schraubschlüssel, macht wieder Add Modifier und geht jetzt auf Wireframe. Wireframe ist das vorletzte bei diesem Generate hier. Befindet sich genau hier. Klicke ich einmal rauf und jetzt seht ihr schon, jetzt verwandelt sich die Plane in diese Wireframes. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nicht, dass sich die ersetzt, sondern wir wollen, dass sie darüber gelegt wird. Um das zu bewirken, gehen wir einmal hier auf diesen Replace Origin, machen diesen Haken raus und jetzt seht ihr, das wird darüber gelegt. Jetzt haben wir über unsere Plane diese Wireframes. Um diese jetzt noch ein bisschen anzupassen und ein bisschen schöner zu machen, setzen wir die Thickness noch ein bisschen runter, weil das Problem ist, diese dicken Linien, die wirken später nicht so gut. Die sind viel zu dick und die sehen nicht so schön aus. Wenn ihr die ein bisschen schöner haben wollt, dann empfehle ich euch einfach, die so klein wie möglich zu machen, beziehungsweise nicht, also man sollte sie natürlich schon noch sehen, aber die sollten relativ klein sein, dass man dann später auch einen schönen Effekt sieht. Also dass es später einfach besser aussieht. Ich mache das jetzt als Beispiel mal auf 0,0022. Da seht ihr schon, die sind halt um einiges kleiner geworden, aber ihr seht immer noch, ihr habt hier so eine kleine Schicht drauf. Jetzt seht ihr auch schon so einen kleinen Bug von Blender. Wenn ihr das auch habt, kann ich euch gleich mal einen Bugfix zeigen. Ihr seht, das leckt hier so ein bisschen, beziehungsweise das bewegt sich hier so ein bisschen, das ist ein bisschen nervig. Wir können das ganz einfach fixen, indem wir ganz einfach einmal auf diesen Shading-Tab hier oben gehen. Wir klicken einmal hier oben auf Shading, gehen zurück auf unseren Layout-Tab und jetzt seht ihr, jetzt springt es hier nicht mehr so hin und her. Das ist so ein kleiner Bug von Blender. So, was wir jetzt noch machen, wir haben jetzt die Thickness runtergesetzt. Wir haben das Replace-Only rausgemacht, also dieses Replace-Original haben wir rausgemacht. Als nächstes werden wir auf den Material-Tab gehen, der befindet sich hier und jetzt werden wir mal die Materialien anfangen zu bestimmen, weil bis jetzt haben wir hier nur Berge, aber ohne Farben, ohne alles. Ich kann auch mal hier in die Ansicht gehen, wo man Farben sieht und ihr seht, das ist einfach nur weiß, da ist nichts. Das heißt, ich gehe nochmal zurück auf die Ansicht und werde jetzt mal ein Material erstellen, das erste. So, das erste Material wird das Grundmaterial der Berge sein. Dafür werde ich ganz einfach jetzt mal das hier einfach mal ändern in Berge. Das ist einfach nur für die Struktur, dass man dann einen besseren Überblick hat und werde jetzt einfach mal das Material bearbeiten. Wir lassen das auf Principled BSDF. Das ist die Surface, also die Fläche im Endeffekt, wie es dann aussieht. Und die Base Color ändern wir jetzt von weiß auf dunkelgrau. Das heißt, ihr zieht diesen Regler einfach mal ein bisschen weiter runter. Ihr müsst hier keine Farbe verstellen, einfach nur den Regler runterstellen. So, dass ihr das hier so auf grau habt, vielleicht sogar noch einen Tick dunkler als das. Genau, ihr könnt jetzt auch gerne nochmal hier oben jetzt auf diese Ansicht gehen, auf diese Viewport Shading Ansicht. Dann seht ihr auch schon die wirkliche Farbe. Die verändert sich aber gleich auch noch ein bisschen. Als nächstes würde ich euch empfehlen, diese Berge auf Metallic zu machen. Dafür setzt ihr diesen Wert einfach auf 1. Als nächstes erstellen wir einen neuen Shader, beziehungsweise eine neue Farbe. Das heißt, wir gehen hier oben aufs Plus, gehen auf New, nennen das jetzt hier einfach mal, ihr könnt es jetzt nennen, wie ihr wollt. Ihr könnt es Netz, ihr könnt es Lightning, ihr könnt es Wireframe nennen, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Und diesmal wollen wir aber hier eine andere Surface haben. Wir wollen jetzt nämlich eine Emission haben. Emission sind immer diese leuchtenden Teile, die ihr bei Blender manchmal sehen könnt. Das werdet ihr auch gleich sehen im Effekt. Als Farbe könnt ihr euch jetzt aussuchen, was ihr nehmt. Ich würde euch empfehlen, den äußeren Rand zu nehmen. Das heißt, wählt nicht so eine Farbe, wählt eine Farbe, die am Rand ist. Da könnt ihr jetzt was nehmen, was ihr wollt. Ich werde jetzt einfach mal dieses typische Blau nehmen und lasst euch von der Ansicht hier noch nicht trügen. Das sieht jetzt noch nicht so schön aus, aber das wird alles noch. Ich nehme jetzt einfach mal, wie gesagt, so ein Blau. Ich würde vielleicht sogar ein bisschen helleres Blau nehmen. Vielleicht sowas hier. Und genau, jetzt müsst ihr die Stärke hier noch machen, weil bis jetzt sieht man die noch gar nicht. Ich mache jetzt mal 50. Jetzt mal auf diese Ansicht. Und ihr seht, noch ist das nicht aktiviert. Also dieser Wireframe, wir haben jetzt zwar die Farbe eingefügt, aber die Wireframe haben wir noch nicht der Farbe zugeordnet. Das werden wir nämlich jetzt noch machen. Indem wir nochmal die Planer anklicken. Dann gehen wir nochmal auf den Modifier-Tab hier. Und hier haben wir Material Offset. Das ist aktuell noch auf 0. Das setzen wir jetzt auf 2. Und jetzt seht ihr schon den Effekt. Wir haben jetzt hier dieses blaue Leuchten. Jetzt sieht das doch schon um einiges besser aus. Ich würde euch empfehlen, jetzt schon auf den ganz rechten Viewport Shading-Tab zu gehen. Damit seht ihr die Shader, die Farben und die Struktur an sich. Mit diesem Tab daneben seht ihr nur die Farben und mit dem daneben seht ihr nur die Strukturen. Als nächstes werden wir die World Settings bearbeiten, weil ihr seht ja, die World ist hell. Das sieht natürlich besser aus, wenn die jetzt dunkel ist. Das heißt, ich werde hier wieder auf den World-Tab gehen. Also was heißt wieder? Das erste Mal auf den World-Tab gehen. Der befindet sich hier. Das ist dieser rote Globus. Und jetzt gehen wir einfach mal auf Color und wählen diese einfach mal auf Schwarz. Also ihr könnt die einfach mal hier runter setzen auf Schwarz. Dann haben wir nämlich den Hintergrund auch auf Schwarz. Jetzt sieht es ja schon mal um einiges schöner aus. Und auch besser. Wir machen jetzt weiter mit den sogenannten HDRs und fügen diese hinzu. Erstmal erkläre ich euch ganz kurz, was das ist. HDR steht für High Dynamic Range. Und wie ich gerade schon so ein bisschen erwähnt habe, ist ein HDR ein sogenannter Sky, also ein Himmel im Endeffekt. Das ist im Endeffekt ein Bild, was im Hintergrund eingefügt wird, wodurch die Reflektion und die Lichtverhältnisse in eurem Blender-Projekt verändert werden. Das heißt, es gibt jetzt da diverse Fotos. Es gibt da welche mit viel Licht, mit wenig Licht. Und je nachdem, was ihr da auswählt, auch ob ihr viele Wolken habt oder wenig Wolken oder ein Sternenhimmel oder so, wirkt sich das auf euer Element hier aus. Also auf euer Objekt und eure Farben. Dafür müssen wir jetzt auf eine externe Seite gehen, namens hdriheaven.com und diese wird Benni jetzt gleich nochmal in den Chat posten. Dann könnt ihr alle mal auf diese Seite gehen. Ich werde jetzt auch mal auf diese Seite gehen. Auf diese Seite kann man nämlich kostenlos die sogenannten HDRs downloaden. Und die ist auch seriös, die Seite. Also ihr müsst ja auch keine Angst haben, dass ihr euch da irgendwas einfängt oder so. Die ist zum Glück sicher. Die benutzen sehr, sehr viele Leute. Und jetzt werde ich euch einfach mal kurz nochmal die Seite erklären. Also diesen HDR, den brauchen wir jetzt halt für unser Projekt. Dafür könnt ihr einfach hier oben auf hdriheaven, oder wenn ihr auf die URL geht, dann habt ihr die automatischen drin. Und jetzt geht ihr einfach mal hier oben auf hdriheaven. Und jetzt habt ihr hier die Auswahl. Wir wollen jetzt in unserem Beispiel einen Sky, also einen Himmel. Gehen hier rauf. Und haben jetzt hier diverse Auswahlen. Hier solltet ihr euch jetzt einen Himmel aussuchen, wo der Himmel nicht zu sehr bewölkt ist. Das heißt, ihr solltet nicht zu viele Wolken sein. Also diese würde ich euch hier zum Beispiel nicht empfehlen. Ihr könntet zum Beispiel so einen Sternenhimmel machen. Die finde ich ganz schön persönlich. Den werde ich auch gleich wieder nehmen. Ihr könntet aber auch so einen klaren Himmel machen. Das ist so dieses klassische. Sieht dann auch ganz schön aus. Ihr könntet zum Beispiel den hier nehmen. Also ich würde euch empfehlen zum Beispiel den oder den zu nehmen. Also der hier ist zwar nicht komplett klar wegen dem Stern, aber der sieht ganz schön aus am Ende mit dem Stern. So, dafür gehe ich jetzt einfach mal, wenn ihr eins gefunden habt, geht ihr einfach mal da rauf. Und jetzt scrollt ihr ein bisschen runter. Und jetzt könnt ihr das hier unten downloaden. Ich würde euch empfehlen, den 4K Download zu nehmen. Dann geht ihr auf Datei speichern. Dann wird das auch schon heruntergeladen. Das kann jetzt natürlich bei jedem ein bisschen dauern, aber das ist eigentlich relativ wenig. 26 MB sollte relativ schnell gehen. Wenn ihr euch da einen ausgesucht habt, könnt ihr den downloaden. Und ich kehre jetzt schon mal ins Blender zurück, während ihr das downloadet. So, wieder zurück im Projekt angekommen. Hoffentlich habt ihr jetzt alle einmal euch ein HDR gedownloadet. Zurück angekommen in unserem Projekt, werden wir dieses jetzt hier einfügen. Dafür werden wir wieder auf die World Settings gehen. Und werden auf den Kreis daneben gehen. Also ihr habt ja hier die Color. Und daneben habt ihr nochmal so einen kleinen Button, so einen kleinen Kreis. Geht ihr rauf. Und jetzt wählt ihr Environment Texture aus. Das findet ihr hier unter Textures. Damit wird euer Hintergrund so lila-pink werden. Und das ist im Endeffekt ein Zeichen, dass kein HDR eingefügt ist. Also dieses Environment Texture ist immer dafür ausgelegt, dass da so ein HDR, also so ein Hintergrundbild eingefügt wird. Und wenn das nicht eingefügt ist, beziehungsweise nicht verbunden ist, dann kriegt ihr immer so einen Hintergrund hier. Einfach nur als Zeichen, dass ihr irgendwas falsch gemacht habt. Beziehungsweise, dass da noch was fehlt. Und wir verbinden das jetzt einfach mal. Um das zu verbinden, geht hier unten rechts auf Open. Und wählt jetzt einmal euren Pfad aus, wo ihr den gespeichert habt. Also, wo ihr euren Download-Ordner im Endeffekt. Bei mir ist der jetzt einfach mal hier. Und ich habe mir diesen HDR gedownloadet. Und jetzt einfach mal auf Open Image. Und dann seht ihr jetzt auch schon, er hat es hinzugefügt. Da seht ihr überall so einen Himmel. Ihr könnt ja auch mal rumscrollen. Und dann seht ihr das hier. So, diesen werden wir dann auch später nochmal ein bisschen anpassen. Was ihr jetzt schon mal machen könnt, ist die Strength verändern. Manche sind relativ hell. Darum könnt ihr jetzt einfach hier die Strength. Hier rechts könnt ihr einfach mal, ich mache es jetzt zum Beispiel auf 0,6. Ich mache es ein bisschen dunkler. Einfach, dass das Bild am Ende ein bisschen besser wirkt. Ich würde euch auch empfehlen, bei diesem Bild hier ein bisschen runter zu gehen. Als nächstes würde ich den Shader ändern. Das heißt, wir fangen jetzt wirklich mal an mit Nodes zu arbeiten. Nodes ist ein bisschen komplizierteres Thema. Aber ich denke, ihr kriegt es alle hin mit diesem Tutorial. Dafür geht ihr oben auf den Shading-Tab. Der ist hier. Könnt ihr ein bisschen rausscrollen. Und jetzt habt ihr hier einmal oben euer Projekt, was ihr seht. Also eure Linie hier mit euren Bergen. Und hier unten, könnt ihr auch verschieben, habt ihr eure ganzen Nodes. Diese wollen wir jetzt verändern, beziehungsweise manche hinzufügen. Was ihr dafür machen solltet, ihr solltet auf jeden Fall hier rechts oben auf diese Shading-Art gehen, auf diesen Shading-Tab, also auf Viewport-Shading ganz rechts. Einfach, damit ihr alle Sachen seht. Mit Schatten, mit Material, mit Farben, mit allen Sachen. Als nächstes werden wir jetzt den Shading-Editor, also hier unten, werden wir jetzt dieses Object zu World umstellen. Dass wir jetzt die World-Einstellung haben. Wir bearbeiten jetzt nicht dieses Object, sondern wir bearbeiten die Welt-Einstellungen. Also im Endeffekt den Hintergrund. So, als nächstes werden wir mit Shift-A und Search, werden wir jetzt ein neues Element suchen namens Mapping. Also die Mapping-Node, die haben wir hier. Die könnt ihr einfach mal hier hinzufügen erstmal. Und wir brauchen noch eine. Wir machen Shift-A, gehen auf Search. Und fügen jetzt mal die Texture-Node hinzu. Texture-Coordinate heißt die. Das ist die ganz obere, wenn ihr hier Texture eingibt oder Text. Fügt ihr hinzu. Und packt ihr einfach mal daneben. So, als nächstes wollen wir diese verknüpfen, dass wir dann noch einen Effekt erzielen. Weil wir haben diese jetzt hier zwar drin, aber die sind noch nicht verknüpft mit dem Hintergrund hier. Das hier ist der Hintergrund. Beziehungsweise dieser HDR. Und somit ist da jetzt natürlich noch kein Effekt, wenn die nicht verknüpft sind. Das werden wir jetzt mal ändern. Indem wir diesen Vektor hier mit diesem Vektor verbinden. Und wir werden jetzt mal Texture-Coordinate, also bei diesem Element hier, werden wir das Generated. Das ist ganz oben. Werden wir mit dem unteren Vektor von Mapping verbinden. Also diese mir. Und jetzt seht ihr auch schon, jetzt ist euer Hintergrund auch wieder da. Also keine Angst, er ist wieder da. Und als nächstes werden wir ein bisschen die Rotation der Map ändern. Weil ihr seht ja, im Moment zeigt es hier ins Gras. Aber wir wollen es im Himmel haben. Also dass unsere Bahn hier in den Himmel zeigt. Das können wir mit der sogenannten Rotation machen. Die findet ihr hier. Der Y-Wert ist immer für die Höhe. Und jetzt könnt ihr einfach mal hier ein bisschen hochgehen und euch eine schöne Stelle aussuchen. Zum Beispiel mal diese Stelle. Ihr könnt auch gerne mal auf die Kamera gehen und euch anschauen, wie das aussieht. Dann seht ihr jetzt zum Beispiel auch, dass ich hier so ein paar Sterne habe. Einen Sternenhimmel. Das finde ich jetzt zum Beispiel ganz schön, diese Position. Das lasse ich jetzt auch so. Wir wollen jetzt hier ein neues Element einfügen. Das heißt, ihr macht wieder Shift A. Geht auf Suche. Kriegt jetzt hier Hue ein und Saturation. Dann wollen wir dieses Element haben. Und ihr sollt die Hue zwischen eurem HDR und eurem Background setzen. Das heißt, ihr setzt ihn einfach mal hier hin. Jetzt seht ihr auch, euer Hintergrund ist noch da. Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen die Hue verändern. Wir haben die jetzt auf 0,7. Was die Hue ist, ihr könnt die mal verändern. Das ist im Endeffekt so eine Art Filter, den ihr über euren Background legt. Ich würde den jetzt ganz einfach mal auf 0,6 zum Beispiel setzen. Damit wird das so leicht lila. Das ist dieser typische Effekt, beziehungsweise dieser typische Hintergrund, den man so kennt aus diesen 80er Syncwave-Bildern. Von daher finde ich das so ganz gut schon. Ihr könnt jetzt natürlich auch noch die Saturation und sowas verändern. Lasse ich jetzt aber erstmal so. Ich finde das so schon ganz gut. Jetzt habt ihr so einen leicht lilaen Hintergrund und eure Berge im Vordergrund. Als nächstes werden wir ein paar Details durchgehen. Dafür gehen wir wieder auf den Layout-Tab. Und sind jetzt wieder hier in unserem Ding drin. Und werden jetzt nochmal unsere Plane hier ein bisschen schöner machen. Das heißt, wir wählen unsere Plane aus. Gehen auf Tab. Also wieder in den Edit-Mode. Und können jetzt hier vorne nochmal unsere Plane bearbeiten. Und dann wird die überall bearbeitet. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wählen ein paar von diesen Vertexes nochmal aus. Das heißt, ich klicke jetzt hier einfach mal ein paar an. Wieder mit Shift gedrückt halten. Und was wir jetzt machen, wir ziehen die wieder hoch. Das heißt, wir machen wieder G und Z. Wir können jetzt nochmal den Radius gerne nochmal ein bisschen verändern. Zum Beispiel ein bisschen kleiner machen, wenn ihr nicht so große Berge haben wollt. Also das sind so kleine Unebenheiten im Endeffekt im Boden, dass es ein bisschen schöner aussieht, dieses ganze Bild. Ich mache nochmal ein bisschen den Radius doch nochmal ein bisschen höher. Ich mache die Berge leicht. Ihr könnt auch nochmal ein bisschen reinzoomen, dass ihr euch das anschauen könnt. So zum Beispiel finde ich es schon ganz gut. Was ihr jetzt nochmal machen könnt, ihr könnt nochmal ein paar auswählen. Nochmal ein paar einzelne, die jetzt besonders hoch sein sollen zum Beispiel. Dass es einfach ein bisschen schöner aussieht. Dafür wählt ihr aus, macht ihr GX. Und könnt ihr wieder euren Radius verändern und nochmal ein bisschen hochziehen. Dann habt ihr noch ein bisschen Individualität einfach drin. Und ihr seht, das wird jetzt überall gemacht. Das heißt, es zieht sich jetzt bis hinten durch. Ihr könnt nochmal in die Kamera gehen. Dann seht ihr auch so kleine Berge. Die Sicht von der Kamera würde ich gleich nochmal ein bisschen verändern. Die ist jetzt noch nicht so schön. Wir haben nämlich noch eine Sache bei der Kamera vergessen, sehe ich gerade. Wir müssen die Kamera noch ein bisschen hochziehen. Die ist jetzt, wenn ihr seht, die ist ja im Boden drin. Das heißt, ich würde nochmal, wir müssen erstmal aus dem Tab hier nochmal, also aus dem Edit Mode nochmal rausgehen. Dafür wählen wir nochmal Tab, um wieder in den Object Mode reinzukommen. Gehen in die Kamerasicht. Wählen die Kamera aus. Drücken G und Z, um die Kamera zu verschieben. Und ich verschiebe die jetzt nochmal ein bisschen hoch, dass man diesen Boden unten nicht mehr sieht. Jetzt würde ich nochmal die Rotation ändern, weil die jetzt auch nicht mehr so schön ist. Das heißt, ich drücke wieder die Kamera aus, drücke R und drücke Y und kann jetzt hier nochmal die Rotation ändern. So, ich finde, das sieht auch schon ganz gut aus. Das lasse ich jetzt so. Damit sind wir auch mit den Details der Plane schon durch. Und als nächstes gehen wir nochmal auf die Material Properties. Das heißt, wir wählen die Plane aus und gehen nochmal hier auf diese Material Properties. Und was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt nochmal in den Shading Tab gehen hier oben. Und werden jetzt hier nicht die World bearbeiten, sondern wir werden jetzt das Object bearbeiten. Genauer genommen werden wir jetzt das Material des Objects bearbeiten, weil wir ja gerade in diesen Material Tab gegangen sind. Ich bin hier noch im Slot 2 drin. Wir wollen das ja auf die Berge anwenden. Und jetzt seht ihr auch, jetzt habt ihr hier wieder euren Principled B, S, D, F drin. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal Shift A. Wir gehen nochmal auf Search, suchen nochmal nach Bump, fügen es hinzu. Und jetzt habt ihr hier Normal und jetzt habt ihr nämlich auch, wenn ich ein bisschen runterscrolle, habt ihr auch hier Normal. Und edit diese aneinander. Genau. Als nächstes verändern wir das Bump ein bisschen, indem wir jetzt die Strength anpassen. Die Strength könnt ihr hier individuell ein bisschen anpassen. Das ist im Endeffekt die Stärke des Hintergrunds, also beziehungsweise die Stärke dieser Farbe, dieser grauen Farbe, die wir auf den Bergen haben. Oder die die Berge haben. Ich mache die jetzt zum Beispiel mal auf 0,25 und bin dann mit dem Bump erstmal durch. Als nächstes adden wir ein nächstes Element. Machen wir da Shift A, gehen wieder auf Search und diesmal suchen wir nach Noise Texture. Noise Texture, das gibt es hier. Werdet ihr wieder daneben setzen. Das hier muss an die Höhe ran, nicht an die Normal, sondern an die Höhe. Ihr werdet jetzt, ihr könnt jetzt die Scale, Detail und diesen anderen Wert könntet ihr theoretisch jetzt noch verändern. Was ich machen werde, ich werde diesen jetzt mal auf 7 setzen. Das Detail werde ich jetzt mal auf 10 erhöhen. Und jetzt seht ihr natürlich auch schon den Effekt. Jetzt seht ihr diese Berge, dieser Grauwert ist so ein bisschen milchig geworden. Ihr habt so ein paar weiße Elemente da drin. Und durch die Detailreichigkeit könnt ihr dieses halt auch nochmal verändern. Ich mache das jetzt wie gesagt erstmal auf 10. Ihr könnt euch da individuell was aussuchen, was euch da eigentlich am besten so gefällt. Und dann sieht unser Projekt bis jetzt so hier aus. Jetzt werden wir zurück auf den Layout Tab gehen, also hier rauf. Und werden als nächstes die Sonne hinzufügen. Das ist auch so der letzte Schritt, den wir jetzt noch haben. Wir fügen jetzt die Sonne hinzu, dann sage ich euch nochmal ein paar Render-Einstellungen und dann sind wir auch schon durch mit dem Projekt. Um die Sonne hinzufügen, werden wir wieder Shift-A machen, um ein Element hinzuzufügen. Gehen auf Mesh und werden jetzt die UV-Spare, also das ist so eine Art Würfel. Nein, was heißt Würfel, das ist so ein, werdet ihr gleich sehen. So ein Element. Das sieht halt aus, das ist halt so ein Kreis, so eine Art Sonne ist das im Endeffekt. Kugel, genau. Kugel habe ich gesucht. Und das werdet ihr jetzt auswählen. Und wir wollen die Sonne natürlich nicht hier vorne haben, wir wollen die nach hinten machen. Dafür würde ich euch empfehlen, hier nochmal auf diesen Tab zu gehen, dass ihr hier nur die Materialien bzw. die Objekte seht. Und jetzt habt ihr hier eure Sonne noch ausgebildet, wenn ihr die gerade erstellt habt. Scrollt ihr ein bisschen raus aus dem Projekt. Und jetzt seht ihr euer Ende. Jetzt könnt ihr hier mit G und mit X eure Sonne nach hinten schieben. Ich setze sie hier ganz hinten ans Ende. Gehe wieder die Ansicht, bzw. ich kann jetzt auch wieder hier ändern. Also wieder zu diesem Shading-Tab hier ändern. Und jetzt seht ihr die Sonne da ganz hinten, bzw. ihr seht die noch nicht, weil die relativ klein ist. Um das zu ändern, gehen wir mal in die Kamerasicht rein, weil da wollen wir im Endeffekt die Sonne dann sehen. Und scalen die Sonne jetzt so hoch, wie wir das haben wollen. Das heißt, wir gehen wieder auf S für Scale und ziehen die jetzt so groß, wie ihr die haben wollt in eurem Bild. Könnt ihr jetzt zum Beispiel mal so groß machen. Was ihr jetzt noch vielleicht machen solltet, wenn ihr die Sonne einmal anwählt, könnt ihr Rechtsklick machen. Shade Smooth machen. Dann wird die noch ein bisschen smoother halt. Dann habt ihr so weniger Kanten und sowas alles. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ist, wenn ihr die Sonne ausgewählt habt, könnt ihr jetzt nochmal auf den Edit Mode gehen. Also wieder Tab drücken. Und Rechtsklick Subdivide machen. Und jetzt können wir nochmal das ein bisschen ändern. Also jetzt können wir hier nochmal ein bisschen die Subdivide Dinge ändern. Wir können die Katze ein bisschen hochstellen. Zum Beispiel auf 2. Dadurch wird die Sonne einfach ein bisschen schöner. Und die Smoothness würde ich euch empfehlen auch noch zum Beispiel auf 1 hochzustellen. Um das einfach ein bisschen smoother wieder zu machen. Jetzt sieht es nämlich halt schon wirklich aus wie eine Sonne. Machen wir wieder Tab, um wieder aus dem Edit Mode rauszugehen und wieder in den Object Mode zu kommen. Und jetzt würden wir natürlich noch das Material ändern. Die Sonne soll nicht so aussehen, sondern die soll neues Material bekommen. Dafür wählt ihr die Sonne aus, wenn ihr es nicht habt. Geht auf den Material Tab, geht auf New. Ihr könnt das jetzt hier zum Beispiel umbenennen in Sonne oder so, dass ihr auch wisst, was es ist. Und jetzt wählt ihr hier die Surface aus. Wir wollen die Sonne so ein bisschen leuchtend haben. Dafür wählen wir wieder Emission aus. Und jetzt könnt ihr hier die Color ändern. Hier ist das gleiche Prinzip wie bei dem, was ich davor schon gesagt habe, dass ihr am Rand eine Farbe auswählen solltet. Also nicht in der Mitte, sondern am Rand. Ich würde jetzt sagen, ich nehme jetzt mal so ein Orange. Das hier zum Beispiel gefällt mir noch ganz gut. Ihr könnt ja auch ein Rot nehmen oder ein bisschen Gelblicher oder was auch immer ihr wollt. Ich könnte ja auch Blau nehmen oder so, aber das sieht jetzt nicht so schön aus vom Kontrast her. Und jetzt wollen wir die Strength noch ein bisschen hoch machen, weil man sieht ja jetzt noch kein Leuchten groß. Die Strength zum Beispiel auf fünfmal. Jetzt seht ihr auch schon hier so ein kleiner Schein, der hier entsteht. Wenn der euch zu krass ist oder so, könnt ihr die jetzt auch noch runterstellen oder hochstellen. Und jetzt seht ihr, dass das Bild auch schon relativ nah an unserem Beispielbild von vorhin aussieht. Und von den Farben könnt ihr halt dann noch variieren, wenn euch da andere Farben gefallen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist eine relativ wichtige Sache. Ich kann jetzt einfach mal die Animation durchlaufen lassen zum Test. Lass sie jetzt mal durchlaufen. Das lag jetzt ein bisschen, weil ich gerade streame und gleichzeitig hier das Projekt bearbeite. Das heißt, nicht wundern, dass jetzt die Linien hier so ein bisschen schlecht dargestellt werden. Das wird später in der Render-Ansicht natürlich nicht sein, beziehungsweise wenn es gerendert ist. Und was ihr jetzt gerade gesehen habt, ich mach mal kurz Stopp. Was ihr gerade gesehen habt, ist, dass sich die Kamera immer weiter auf die Sonne hinzubewegt hat. Aber am Ende hat sich die Kamera sozusagen resettet, indem sie wieder nach hinten gesetzt wurde. Und dann sieht man halt, dass hier so eine Art Sprung entsteht zwischen der Sonne und der Kamera. Um das zu verhindern, werden wir jetzt diese beiden Elemente parenten, also zusammenfügen. Das heißt, dann wird sich die Sonne mit der Kamera mitbewegen. Und es sieht aus, als wenn sich diese Kamera die ganze Zeit nach vorne bewegt. Das hat einfach einen kleinen, schönen visuellen Effekt. Um das zu machen, wählen wir zunächst die Sonne aus, drücken Shift, also Shift gedrückt halten, und wählen dann die Kamera aus. Damit haben wir als aktives Element die Kamera gewählt. Und das heißt, es werden die Einstellungen von der Kamera übernommen. Ein aktives Element ist immer das Element, was ihr zuletzt ausgewählt habt. Und in dem Fall ist es halt die Kamera. Das heißt, wir machen jetzt STRG-P zum Parenten und drücken auf Object. Jetzt hat sich die Sonne an die Kamera geparentet, also hinzugefügt. Und jetzt können wir das nochmal durchspielen lassen, einfach mal, um mal zu schauen, wie das aussieht. Wie gesagt, die Animation ist jetzt hier ein bisschen schwammig, das sieht später besser aus. Und ihr seht, der Abstand hier zwischen der Sonne und dem Kamerakasten verändert sich nicht. Und auch jetzt beim Reset gleich, sieht das aus, als wenn es weiterläuft. Es sieht wirklich aus, als wenn diese Kamera die ganze Zeit nach vorne läuft. Und das ist diese schöne Animation, die wir im Endeffekt erreichen wollen. Und das haben wir jetzt damit auch eigentlich schon geschafft. So, das war es auch eigentlich jetzt schon zu diesen Elementen, die wir hinzufügen, zu den Farben und so weiter und so fort. Ihr könnt die natürlich, habe ich jetzt glaube ich schon dreimal gesagt, individualisieren. Das heißt, ihr könntet eure Farben ändern, ihr könntet euer Wireframe ändern und so weiter und so fort. Ihr könnt eure Sonne ändern. Ich würde euch jetzt noch ein bisschen was zu den Render Settings sagen, dass ihr das auch selber rendern könnt und da keine Probleme bekommt. Dafür gehen wir zunächst auf die Render Properties. Das ist das graue Fernseher Symbol, auf das hier. Jetzt solltet ihr hier oben als Render Engine, solltet ihr unbedingt Eevee auswählen. Es gibt drei verschiedene Render Engines. Eevee ist die einfachste in Anführungsstrichen, beziehungsweise auch die schnellste. Und das hat mir auch schon im letzten Workshop erklärt. Wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr euch gerne nochmal diesen anschauen und diesen nochmal nachvollziehen. Und genau, wir werden jetzt hier Eevee wählen. Als nächstes werden wir auf die Output Properties gehen. Das heißt, wir werden auf diesen Drucker hier gehen und werden jetzt die Resolution ein bisschen anpassen. Diese sollte nämlich jetzt auf 1920x1080 stehen, dass das Bild einfach schöner aussieht. Das müsste aber eigentlich schon standardmäßig bei euch allen sein. Dann könnt ihr hier auf 100% stellen. Dann könnt ihr hier unten bei Output erstmal euren Pfad noch bestimmen. Das sollte jetzt nicht im Tempfad landen. Ihr solltet euch hier eine Verzeichnisaussuchung, wo ihr das auch wiederfindet. In irgendeinem Ordner, zum Beispiel auch in eurem Download-Ordner oder wo ihr das auch immer haben wollt. Und ihr solltet jetzt natürlich noch das File-Format ändern, weil wir wollen ja kein Bild haben. Wir wollen ja eine Animation auf Deutsch haben. Das heißt, ich würde euch empfehlen, dieses AVI-JPEG zu nehmen. Das ist im Endeffekt ein Film, also ein Film, eine Animation. Und dann könnt ihr es auch als Animation rendern. Ihr könnt es natürlich trotzdem auch als Bild rendern. Wenn ihr sagt, ihr wollt es auch nochmal als Bild haben oder so, könnt ihr natürlich auch nochmal das Bild auswählen. Beziehungsweise hier oben könnt ihr gleich auch auf Picture dann gehen. Jetzt solltet ihr darauf achten, wenn ihr jetzt wirklich rendern wollt, drückt ihr nochmal Shift und linke Pfeiltaste, um hier auf den ersten Frame zu gelangen. Wir wollen ja mit Frame 1 anfangen zu rendern und nicht mit Frame 5 oder so. Deshalb gehen wir hier auf Frame 1. Dann solltet ihr nochmal kurz checken, ob alles so stimmt. Ob eure Einstellungen passen, ob euer Bild passt, ob die Vorschau passt, ob ihr alles eingestellt habt. Und dann könnt ihr jetzt ganz oben links hier oben auf Render gehen und könnt auf Render Animation gehen, um die Animationen zu rendern. Wenn ihr ein Bild rendern wollt, könnt ihr gerne auf Render Image machen. Wenn ihr Render Image macht, rendert der den aktuellen Frame. In meinem Fall wäre das jetzt Frame 1, der gerendert werden würde. Zum Personalisieren habe ich ja schon ein bisschen was gesagt, so dass ihr, wie gesagt, die Farben und so alles noch anpassen könnt. Ich kann euch noch einen kleinen Tipp bzw. einen kleinen Zusatz geben, was ihr noch ändern könntet, um das ein bisschen anders wirken zu lassen. Ihr könntet hier oben bei dem Render Drop Properties noch Motion Blur aktivieren. Dadurch wird es noch so ein bisschen die Berge bzw. die Farben um die Berge wirken nochmal so ein bisschen anders. Und es hat auch nochmal so einen ganz schönen Effekt, wie ich finde. Und sonst könntet ihr zum Beispiel auch noch euren HDR, also euren Himmel wechseln, wenn ihr wolltet. Das war es auch eigentlich schon soweit zu dem Video. Ihr wüsst jetzt, wie ihr rendert. Ihr wüsst jetzt, wie ihr alles erstellt. Ihr habt hier das Ergebnis. Ich hoffe, euch hat dieser Workshop gefallen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese jetzt gerne noch in den Chat stellen. Dann kann Benni da hoffentlich auch nochmal weiterhelfen oder auch gerne ich nochmal. Und sonst, was kann ich am Ende noch sagen? Ihr könnt natürlich diesen Workshop hier liken. Ihr könnt gerne den WinLab Kanal hier abonnieren, um keine weiteren Workshops zu verfassen. Das heißt, wir werden hier natürlich auch die nächsten Wochen immer am Mittwoch Workshops weitermachen. Und dann könnt ihr hier diese weiterverfolgen. Das sind auch sehr interessante Themen auf jeden Fall dabei noch. Und außerdem könnt ihr noch kommentieren, wenn ihr jetzt hier Kritik habt, wenn ihr sagt, hier, du warst da ein bisschen zu schnell, du hast das ein bisschen wenig erklärt, du hast bis hier drauf gar nicht eingegangen oder sowas. Dann könnt ihr da gerne auch nochmal einen Kommentar da lassen. Und gerne könnt ihr uns auch auf unseren Social Media Kanälen folgen. Habe ich ja auch am Anfang schon erwähnt. Diese findet ihr unter winlab.th-wildau.de. Dort habt ihr eine Aufführung von all unseren Social Media Kanälen. Das kann Benni auch gerne nochmal in den Chat posten. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag.